Wenn Licht durch eine klare Linse geht, treffen sich die Lichtstrahlen in einem Punkt. So entsteht ein klares Bild. Mit der Zeit wird die Linse trüb oder milchig und entwickelt einen grauen Starr. Wenn Licht durch eine trübe Linse geht, werden die Lichtstrahlen verzerrt. Das Bild wird unscharf. Im Vergleich zum Sehen mit einer klaren Linse kann ihr Sehen mit grauem Starr verschwommen sein und Farben können verblasst aussehen. Die Sehstörungen durch den grauen Starr verschlimmern sich weiter. Werden sie störend oder beeinträchtigen ihre täglichen Aktivitäten, ist es an der Zeit über eine Behandlung nachzudenken. Zu der Behandlung des grauen Starrs gehört die Entfernung der getrübten Linse und der Einsatz eines klaren Linsenimplantats. Bei der klassischen Operation des grauen Starrs werden viele Schritte mit Instrumenten durchgeführt, die der Chirurg in der Hand hält. Jetzt können sie mit dem Laser durchgeführt werden. Bei Verwendung eines Femto-Lasersystems kann Ihnen Ihr Chirurg ein vorhersagbares, refraktives Ergebnis und eine schonende und maßgeschneiderte Behandlung anbieten. Wie arbeitet das Katalystsystem? Jedes Auge ist einzigartig in Bezug auf seine Größe und Form. Vor der Behandlung vermisst das Katalystsystem Ihr Auge und erstellt eine präzise 3D-Karte mit allen wichtigen Strukturen. Dies ermöglicht es Ihrem Chirurgen einen maßgeschneiderten Behandlungsplan zu entwickeln, der genau zu der Einzigartigkeit Ihres Auges passt. Wie verläuft die Operation mit dem Katalystsystem im Vergleich zur traditionellen manuellen Operation? Bei der traditionellen Operation des grauen Starrs verwendet Ihr Chirurg Instrumente, die er mit der Hand führt und so eine Öffnung in den Kapselsack reißt. Dabei sollte die Öffnung so rund wie möglich werden, damit die Kunstlinse gut darin sitzt. Mit dem Katalystsystem kann Ihr Chirurg eine kreisrunde Öffnung in der geplanten Größe, Form und an der richtigen Stelle erzeugen. Eine klinische Studie hat gezeigt, dass eine kreisrunde Öffnung, die mit dem Katalystsystem erzeugt wurde, zehnmal genauer ist als eine Öffnung, die manuell erzeugt wurde. Mit dem Katalystsystem kann Ihr Chirurg den harten, trüben Linsenkern erweichen und in kleine Stücke zerteilen, bevor er kleine Instrumente in das Auge einführt. Hier ist das Muster gezeigt, das das Katalystsystem erzeugt. Nach der Erstellung der kreisrunden Öffnung ist der nächste Schritt die Entfernung des Gewebes und das Zerteilen und Entfernen der trüben Linse. Bei der traditionellen Operation wird der Chirurg dafür mechanische Instrumente in Ihr Auge einfügen und mit Hilfe von Ultraschall die harte Linse in kleine Stücke zerteilen, damit sie entfernt werden können. Wird die Linse mit dem Katalystsystem aufgeweicht, kann Ihr Chirurg die trübe Linse schonender entfernen. Er braucht dafür signifikant weniger Ultraschallenergie als bei der traditionellen manuellen Operation. Sowohl für die traditionelle als auch für die Operation mit dem Katalystsystem ist die Präzision, mit der die zuvor beschriebenen Schritte ausgeführt werden, sehr wichtig. Genaue Positionierung der Ersatzlinse ist kritisch, um das bestmögliche Sehen zu erreichen. Welche sind die Vorteile des Katalystsystems? Verwendet Ihr Chirurg das Katalystsystem, bietet er Ihnen eine maßgeschneiderte Behandlung mit einem modernen 3D-Bildverfahren, eine schnellere Behandlung mit wenig oder keinen Unannehmlichkeiten und eine schonende und einfache Entfernung der trüben Linse. Wenn Sie mehr über den Standard in der präzisen Operation des grauen Stars wissen möchten, fragen Sie Ihren Arzt, ob die Operation mit dem Katalystpräzisionslasersystem für Sie persönlich geeignet ist.